Hey Leute, ich bin's Adam Brixton und ich freue mich sehr, euch bei meinem ersten Crowdfunding-Projekt begrüßen zu dürfen. Viele Leute kennen mich ja von der Straßenmusik und da haben mich auch einige Leute gefragt, hast du eine CD, wo kann ich sie kriegen? Und dann musste ich leider mal sagen, nee, ich hab noch keine CD. Aber genau das möchte ich jetzt mit dem Crowdfunding-Projekt ändern und meine erste EP Back to Myself produzieren. Wie der Type sagt, geht's darum, zu sich selber zu kommen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und um diesen Weg gehen zu können, bin ich natürlich über jeden Support mehr als dankbar. Denn so eine CD-Produktion kostet ein bisschen Geld, um den Produzenten Mixing, das Mastering und das Presse in der CD finanzieren zu können. Also Leute, teilt dieses Video mit Papa, Mama, Freunde, Freundesfreunde und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Dankeschön. Und wenn du look right into my eyes, it'll tell me like a hurricane. Every time you look in my way. And when you look right into my eyes, I lose control. Like a hurricane. izer H ale H ale H ale H ale H ale H Vielen Dank.